Ey, pass mal auf. Ich habe jetzt so einen richtig krassen, völlig überteuerten Staubsauger. Diesen heftigen, weißt du, mit Laser. Kennst du den? Ein Dyson? Also ich wollte es jetzt halt nicht direkt so sagen, weil es soll jetzt nicht so wie Werbung sein, aber der ist so krass, Julia. Und ich habe den heute ausprobiert. Und ich habe, also du kannst mit diesem Staubsauger nicht nur den Boden saugen, sondern so richtig auch so Polster und sowas, weißt du? Also so auch die Couch und das Bett und sowas. Du kriegst da so richtig aus den Poren den Staub raus. Das ist crazy. Und Julia, ich habe heute mein Bett gesaugt und ich fühle mich jetzt wie der ekelhafteste Mensch auf der ganzen Welt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ekliges Zeug daraus kam. Aber warte mal, dein Bett gesaugt, die Matratze oder das Bettpolster oder was hast du gesagt? Quasi, also wir haben so ein großes Kopfende aus Stoff, weißt du, so ein Boxspringbett halt. Und die haben ja auch so Stoffenden, so Kopfenden. Und das habe ich halt wirklich einmal komplett gesaugt und dann halt habe ich auch die Matratze zurückgezogen und da unten dann gesaugt und so weiter. Also alles da, wo Stoff war. Alter, Julia, weißt du, wie viel Milbenkot und wie nennt man das andere? So Hautpartikel und sowas da drin ist. Das ist ekelhaft. Ach du Scheiße. Wirklich so. Nur im Bett war eine halbe Füllung voll vom Staubsauger drin. Oh mein Gott, okay, das ist eine Menge. Alter. Das ist eine sehr große Menge. Also ich empfehle dir eine Sache, kauf dir niemals einen krassen Staubsauger, der das so krass da raussaugt, dass du irgendwie Bettpolster saugen kannst. Und generell, falls doch, dann saug einfach nicht das Bett ab. Naja, der Tipp wäre ja eigentlich schlauer zu sagen, saug das Bett ab, damit es nicht mehr so eklig ist, oder? Naja, andererseits, ich habe ja keine Allergien und so weiter. Man sagt ja so, Hausstaubmilben sind doch so Auslöser für so voll viele Allergien und sowas. Oder zumindest so die, damit fängt es ja an. Aber mir geht es ja gut. Ich bin auch gegen Milben allergisch und Hausstaub. In meinem Bett hättest du nicht gut geschlafen, Fräulein. Ja, nee, also wirklich nicht. Da wäre ich morgens nicht mehr aufgewacht bei dir. Also es sah jetzt aber halt auch nicht super eklig verstaubt aus, ne? Also natürlich mache ich da ab und zu mal, ab und zu versuche ich den Staub da wegzukriegen, aber den kriegst du ja nicht so tief aus den Poren raus normalerweise. Und also. Aber was zur Hölle ist das denn für ein Staubsauger? Alter, das Ding ist heftig. Ich habe mir so Reviews angeguckt und der hat irgendwie einen größeren Drehmoment als ein Elektroauto. Irgendwie sowas. Ich kenne mich ja mit so einem Motorenquatsch nicht aus, aber das ist heftig. Krass, ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, einen Dyson geholt und da war das noch der neue. Und der ist richtig scheiße. Ich heiße den. Der ist so kacke. Die ersten paar Monate war der gut, aber jetzt mittlerweile geht der immer. wieder aus zwischendurch und dann saugt der nicht richtig. Und ich habe schon richtig oft den Filter gewechselt und das ist einfach für den Arsch. Ja, scheiße, das ist nicht so cool. Das Ding ist ja auch wirklich, also 700 Euro für einen Staubsauger ausgeben ist halt auch ein bisschen heftig, ne? Absolut geisteskrank. Aber guck mal, wenn es wenigstens funktionieren würde und gut wäre, dann okay. Aber ich habe halt, ich glaube 600, 700 Euro für einen Staubsauger ausgegeben, der nach einem halben Jahr einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das ist halt nicht so cool. Ja, was ist das für eine Scheiße? Boah, hoffentlich ist das jetzt bei meinem nicht auch so und übermorgen sage ich ja, geht nicht mehr, geht andauernd aus. Aber ich habe anscheinend auch noch, also ich habe auch noch ein älteres Modell. Meiner hat keinen Laser zum Beispiel. Tja, der Laser ist auch ziemlich cool. Von dem V11 oder so heißt der. Ja, okay, wir wollen jetzt hier auch keine QVC-Show hier draus machen, oder? Ja, nö, ich warne die Leute ja nur. Kommt euch keinen V11. Da ist ein Airwrap ist geil, aber die Staubsauger? Julia, hör doch mal, ich habe heute 700 Euro investiert. Sag jetzt nicht, dass es scheiße ist. Ja, deiner ist bestimmt gut. Die haben bestimmt ganz viele Software-Updates gemacht und jetzt ist alles viel besser. Ey, aber ich bin jetzt so richtig. Joey, wie geht es dir denn? Ne, warte. Ich will so eine Sache sagen. Ich bin schon richtig hyped, die Couch abzusaugen. Das wird auch nochmal heftig. Da wird so viel rauskommen. Ey, das ist so ein satisfying Moment, wie wenn du so einen Pickel ausdrückst, weißt du? Wo du so merkst, oh, jetzt ist richtig viel raus einfach. Richtig, dein Dreck ist weg. Boah, ich kann mir das bei einem Staubsauger wirklich nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Kannst du mir bitte ein Video davon machen, während du das machst? Soll ich dir jetzt echt ein Video machen, wie ich die Couch sauge, oder was? Ja, ist das dann so ein Farbunterschied am Ende? Ich stelle mir das sehr fettes Feigen vor. Ja, es ist wirklich, am Ende ist die Couch wieder kontrastreicher, als das Bett war zumindest. Und der Teppich auch. Es war dann wirklich so eine knalligere Farbe. Ich möchte, dass du bitte eine Timelapse machst, während du diese Couch saugst und mir das schickst. Ja, okay. Ey, bist du aber eigentlich so eine Person, die das auch satisfying findet, wenn so Pickel ausgedrückt werden? Oder kannst du damit gar nichts anfangen? Doch, manchmal. Also bei mir selbst finde ich es ultra satisfying. Aber nur, wenn du es selbst machst, oder? Würdest du jemand anderen daran lassen? Ja, oh Gott, ich würde niemals jemand anderen Pickel ausdrücken lassen. Und ich bin auch keine Person, die gerne anderen Menschen Pickel ausdrückt. Es gibt ja wirklich Leute, die denken so, boah, du hast da einen Pickel richtig geil, darf ich ausdrücken? Ja, das ist auch schon ein bisschen sass, ne? Das geht zu weit. Ja, aber ich bin nicht so. Ich finde das gar nicht geil. Und ich drücke auch nicht gerne anderen Pickel aus. Ja, also. Also ich finde es grundsätzlich nicht so schlimm, aber geil finde ich es jetzt auch nicht. Also, aber kennst du diese Videos? Es gibt ja so richtige Compilations von so, wie halt so Ärzte so krasse Zysten und sowas ausdrücken. Und manche Leute fahren ja da voll drauf ab und gucken, dass wir mal einschlafen und sowas. Boah, nee, also so Zysten und sowas, die wirklich so richtig fett sind. Was machst du denn? Ich musste gerade kurz mit meiner Brille gucken, ob die Kamera aufnimmt. Oh mein Gott, so weit ist es schon. Ja, ich kann ja keine Kontaktlinse mehr tragen. Scheiße, ey, ich hoffe, das ist jetzt bald vorbei. Na, wann hast du denn den Termin? Nee, warte, Pickelthema noch zu Ende. Bei mir ist das nämlich so, bei mir ist das so, ich gucke mir das so, wenn ich so ein Video sehe, so die ersten vier Pickel gucke ich mir ganz gerne an und denke mir auch, oh, satisfying. Und dann überschreitet das so eine Schwelle. Und dann finde ich es auf einmal eklig und ich denke mir so, boah, was machst du denn hier für eine ekelhafte Scheiße? Und dann schließe ich dieses Video und schäme mich. Ja, ist bei mir auch so. Aber so Zysten und sowas, die so wirklich so richtig fett sind, das finde ich zum Kotzen. Also das finde ich wirklich richtig ekelhaft und das kann ich nicht verstehen, wie Leute das satisfying finden. Was ich aber richtig geil finde, ist eingewachsene Haare. Oh ja. Das finde ich so geil. Aber das ist so weird, ne? Warum findet man das jetzt geil und dann so Zysten nicht? Beides super eklig. Naja, aber eingewachsene Haare sind einfach nur so Haare. Also es ist ja eigentlich nur ein kleines Haar, was immer länger und immer länger und immer länger wird. Das ist halt satisfying. Aber so eine fette Zyste ist halt so ein riesiger Klumpen-Ekeleiter. Ja, das stimmt. Ja, so eingewachsene Haare sind so das Nonplusultra, was diese ganze Kategorie angeht, ne? Ja, ist schon richtig geil. Also an alle Genervten da draußen, falls ihr Videos habt, wie ihr eure Haare rauszieht. Ja! Spaß. Schickt rüber, Leute. Schickt rüber. Wir freuen uns. Ja. So, willst du jetzt noch was zu meiner Augen-OP wissen? Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, dann reden wir später drüber. Spaß. Nein, erzähl jetzt. Julia, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig, richtig Schiss. Wann ist es denn? Nee, ich habe so eine... Wann ist es denn soweit? Julia, ich habe eine richtige Story dazu. Wir müssen das jetzt später erstmal in der Folge abgrasen. Aber es ist soweit am 6. März. Am 6. März nächsten Montag. Ja, also wenn die Folge rauskommt, in drei Tagen. In drei Tagen. Oh, Julia, ich habe so Angst. Ey, stell dir mal vor, stell dir mal vor, Ärzte pfusch und dann bin ich blind. Dann verliere ich einfach mein Augenlicht. Ach, Quatsch. Joey, das wird nicht so sein. Was aber so sein wird, ist, du kannst an deinem Geburtstag endlich sehen. Ja, ne? Also, ich hoffe es. Richtig geil. Gerade sehe ich das so halb positiv und halb negativ. Weil stell dir mal vor, wirklich, ich verliere mein Augenlicht und dann ist es vorbei. Na, Joey, hör auf. Dann erlebe ich meinen Geburtstag nicht mehr, Julia. Augenlasern ist so sicher, doch erlebst du schon noch. Du siehst ihn halt nur nicht. Ey, mir hat eine geschrieben über eine DM. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber auf jeden Fall hat sie meine Story gesehen. Und sie hat mir geschrieben, dass sie durch einen Ärzte-Pusch ihr Augenlicht an dem einen Auge verloren hat. Und zwar, weil da irgendwie, sie hat da irgendwas anderes, das war nicht Laser oder sowas. Und ein Arzt hat irgendwie irgendeine Netzhaut, glaube ich, irgendwie so da reingeschnitten, zu tief. Und dann war auf einmal komplett das Auge blind. Und ich dachte so, ach du Scheiße, mir ist richtig das Herz in die Hose gerutscht. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich diese Augen-OP noch machen soll. Das ist aber auch. Ja, war jetzt ein Negativbeispiel. Was ich aber auch immer nicht verstehe so richtig, ist, wenn das Leute, wenn du erzählst, du hast bald eine Augen-OP, dass die dann von ihrem Ärzte-Pusch erzählt. Das ist ja wirklich das Beschissenste, was du dann machen kannst. Weil, Sarah, da wird sich ja nichts ändern, dass du die Laser-OP machst. Ja, sie hat dann auch zu mir gesagt, es war... Oder was soll denn das? Sie meint dann auch so, ja, aber das ist nicht vergleichbar mit Laser-OP, weil das ist so ein Routine-Eingriff und da brauche ich keine Angst davor haben. Und bei ihr war das halt was... Ja, dann halt die Schnauze. Aber sie hat gesagt, das war der beste deutsche Augenarzt, den es gibt irgendwie, laut Auszeichnung. Und sowas passiert, ist ihm in 30 Jahren nicht einmal passiert, aber bei ihr schon. Siehst du, und mich kann es auch erwischen, Julia. Mich kann es erwischen, theoretisch. Ach, Quatsch, dich wird das nicht erwischen. Und ich weiß nicht, wie sie hieß, aber... Mara, hör auf, Leuten, die bald eine Augen-OP haben, diese Nachricht zu schreiben und dann noch zu sagen, aber du brauchst ihr keine Sorgen machen, weil dein Eingriff ist ja Routine. Das bringt gar nichts. Nein, sie hat mir das in einem anderen Kontext geschrieben. Sie trifft keine Schuld. Alter, sie hat ihr Augenlicht verloren, Julia. Sei mal respektvoll. Ja, stimmt. Es tut mir leid. Darüber habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Ach du Gott, ich war gerade nur an deinem Wohlbefinden, da war ich gerade interessiert. Ja, das ist natürlich krass. Nein, ich bin einfach nur ein krasser Hypochonder. Ich habe das jetzt irgendwie, wirklich, Julia, ich habe mich mit dieser ganzen Thematik eigentlich so ziemlich gar nicht beschäftigt. Ich habe da komplett, ich dachte mir so, ja, Routine-Eingriff, werde mir jetzt halt meine Augenlaser an. Aber ich habe mir wirklich null darüber Gedanken gemacht, dass es ja auch ein richtiger Eingriff in meine Augen ist und dass es natürlich auch mit Risiko verbunden ist. So, und das kommt jetzt erst, so ein paar Tage vorher. Aber, Joey, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die eine Augenlaser-OP hatten und denen geht es allen gut. Die können alle jetzt richtig toll sehen und dir wird auch nichts passieren. Ey, Julia, dieser Arzt muss mit einer Pinzette durch so einen Schlitz in meiner Hornhaut. Oh! Und dieser Schlitz wird mit dem Laser geschlitzt in meine Hornhaut rein und dann geht er mit der Pinzette unter die Haut und zieht da so ein Ding raus. Julia, der muss nur so zittern und dann sticht er in mein Auge und dann ist es weg. Hat er es aufgespießt. Ich sehe das schon. Nee, da wird nichts passieren. Aber ich bin auch so eine richtig Idiote. Was? Idiotin? Du bist eine richtige Idiotin. Leute, es ist gerade, es ist 19.15 Uhr. Ich komme vom ganzen Tag Training. Ich kann nicht mehr. Also, falls ich heute kein Deutsch kann, seht es mir nach. Es tut mir leid. Ich bin auch so eine richtige Idiotin. Und ich habe mir vor meiner Weißheitszahn-OP damals Videos angeschaut, wie Weißheitszahn-OPs funktionieren. Und halt auch so, so nicht in Zeichentrick, wo die das so erklären, sondern so in Real. Ja. So richtig dumm einfach. Und dann wusste ich so während meiner OP, okay, gerade schneidet er das so auf und das sieht genau so aus. Und jetzt gerade hebelt er meinen Zahn mit genauso viel Druck wie in dem Video raus und alles blutet. Cool. Ja. Ja, du kannst dann quasi zugucken im inneren Auge, was der macht. Ja. Und das ist wirklich... Also, guck es dir einfach nicht an. Ja, aber jetzt auch mal so an die Leute da draußen. Großer Lifehack, falls eine OP ansteht, guckt euch auf gar keinen Fall so ein YouTube-Video an, wie das aussieht in Real Life. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Positives hat. Großer Lifehack. Großer Lifehack. Hä, was denn? Oder hat normaler Menschenverstand von allen anderen außer uns? Nee, ich glaube, man will ja sowas wissen. Man ist ja übelst neugierig, was da bei einem passiert. Aber es hat keinen Vorteil. Es hat nur Nachteile, glaube ich. Ja. Obwohl, im Endeffekt ging es bei mir. Aber... Boah, ich habe so... Ja, eine gute Idee war es trotzdem nicht. Ich darf da einfach nicht drüber nachdenken. Mein Auge wird so angesaugt von so einem Mini-Staubsauger. Und dann kann ich da mich auch nicht dran... Stell dir mal vor, ich kriege so eine Panikattacke unter dem Ding. Und dann will ich da raus. Und dann lasert der mir... Oh, scheiße, ich weiß nicht was... Das wird ganz schlimm, Julia. Hör auf, jetzt noch mal nachzudenken, Joey. Anderes Thema. Okay, wie geht es denn dir eigentlich so? Anderes Thema. Also, ey, ich schwöre, Joey, RTL oder Let's Dance, ich weiß nicht, wer es aus... Also, es ist dasselbe, mehr oder weniger, aber... Let's Dance ist von RTL. Die nehmen mich... Ja, genau, deswegen hat es gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. Aber die nehmen mich auseinander. Die wollen mich richtig... Ficken. Kann ich sagen? Die wollen mich richtig ficken diese Woche. Ich schwöre es dir. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich bin einfach schockiert, weil... Weißt du, was die mir diese Woche für einen Tanz geben? Oh Gott, was kommt jetzt? Sag. Was hatte ich in der Kennenlernshow, Joey? Äh, warte, Cha-Cha-Cha. Ja, und was habe ich in der Kennenlernshow richtig hart verkackt? Ja, ein Cha-Cha-Cha. Und weißt du, was ich diese Woche habe? Hä, noch mal ein Cha-Cha-Cha? Ja! Hä, aber warum denn noch mal? Die haben mir einfach eiskalt ein Cha-Cha-Cha gegeben. Hä, aber Julia... Wie fies! Warum, warum, Jen? Es gibt tausend Tänzer. Warum denn schon wieder ein Cha-Cha-Cha? Jetzt verstehe ich nicht. Ja, safe, weil... Ich kann es dir ganz genau sagen. Weil ich den in der Kennenlernshow so verkackt habe. In der Show eins dann Verhältnis... Also dann plötzlich so gut war. Deswegen wollen die jetzt gucken. Okay. Kann sie aber auch im Cha-Cha-Cha überzeugen. Boah, scheiße, ey. Aber warte, wir müssen erst mal über die letzte Show reden von letztem Freitag. Das steht ja noch an hier. Also das war ja heftig, was du da gezaubert hast aufs Tanzparkett. Das war richtig beeindruckend. Hey, Joy, du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, ne? Ja. Es war wirklich krass. Der Druck, der war so hoch. Weil ich habe die Kennenlernshow ja wirklich absolut deluxe verkackt. Es gab Artikel mit den Titeln Flop-Kandidatin Julia Beautings. Da habe ich so gedacht, oh mein Gott. Jetzt bin ich ganz unten angekommen. Hey, ich verstehe das nicht. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich fand das gar nicht so schlimm. Also klar war das nicht krass. Joy, es war schon sehr schlecht. Es ist okay. Danke, aber es war wirklich sehr schlecht. Ja, okay. Die Schritte waren scheiße ausgeführt. Und das Ding ist halt auch, ich habe ja nur zwei Tage Zeit gehabt, um diesen Cha-Cha-Cha zu lernen. Und Cha-Cha-Cha ist einer der schwierigsten Lateintänze, die du tanzen kannst. Und du brauchst normalerweise sehr, 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 sehr lange, um diese Ausführung richtig zu machen, weil es wirklich, wirklich schwierig ist. Und ich habe jetzt schon in den letzten zwei Tagen, also jetzt heute ist, nee, seit gestern, ja doch, zwei Tage. Heute ist Montag. Heute ist Montag? Ja, gestern habe ich angefangen, den Tanz für diese Woche zu trainieren. Und heute haben wir logischerweise den ganzen Tag weitergemacht. Und ich merke jetzt schon, wie scheiße meine Haltung in der Kennenlernshow war. Also nicht nur die Schritte habe ich verkackt, sondern ich habe halt auch die komplette Art und Weise, wie man die Schritte machen muss, absolut verkackt. Ich habe nichts richtig gemacht. Ich habe mein Gewicht nicht richtig verlagert. Ich habe die Schrittfolge nicht richtig gemacht. Ich habe getrampelt. Man muss eigentlich so seinen Fuß mehr oder weniger die ganze Zeit auf dem Boden haben, also nur so schleifen, die Fußspitze. Du darfst ihn gar nicht hochheben. Ich habe alles falsch gemacht. Und deswegen, ich bin auch, ich finde es auch ein bisschen geil, dass sie mir ein Cha-Cha-Cha geben diese Woche wieder, weil ich halt, weil das so eine Challenge ist und halt auch so eine krasse Story irgendwie, weißt du? Also ich finde es eigentlich ganz cool. Aber im ersten Moment, als ich gestern erfahren habe, ich habe ein Cha-Cha-Cha, da war ich kurz vorm Heulen. Ich schwör's dir. Ja, das ist halt aber jetzt wieder richtig viel Druck. Aber wenn du das jetzt hinkriegst, dann bist du halt auf gar keinen Fall mehr die Flop-Kandidatin, sondern die Top-Kandidatin, Julia. Das kann ich dir aber sagen, du. Ja, das ist halt genau das Problem. Ich muss es jetzt hinkriegen. Nein, aber es, also ich glaube, diese Woche wird auf jeden Fall besser als das, was ich in der Kennenlern-Show geleistet habe. Aber so richtig überzeugt bin ich immer noch nicht. Also Cha-Cha-Cha und ich sind einfach, also ist schon mein Endgegner, glaube ich. Ja, aber ich wette, dieser Walzer von letzter Woche wäre auch nicht so krass gewesen, wäre das bei der Kennenlern-Show gewesen. Weil du hattest ja nur zwei Tage Zeit. Und halt, wie du schon sagtest, sowas wie Haltung und sowas und wie du die Füße bewegen musst und so weiter. Hast du gar keine Zeit für. Woher willst du es aber auch wissen, wie das geht, wenn du noch nie vorher richtig getanzt hast? So, das ist ja, jetzt hast du ja immerhin ein bisschen Erfahrung, ne? Vier Tage, wuhu. Ja, aber ich war wirklich extrem erleichtert. Ich habe mich ultra doll gefreut. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich so viele Punkte bekommen habe und so eine gute Kritik. Das war crazy. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das war einfach richtig crazy. Warst du die Beste des Abends? Nee. Naja, Anna-Emma-Cover war noch besser. Ja, stimmt. Aber sonst ja. Krass, ey. Ey, du hast richtig abgeliefert. Auf dem zweiten Platz? Auf dem fucking zweiten Platz? Es sah aber auch wirklich krass aus, Julia. Als er dich dann so hochgenommen hat und dich da durch die Luft gewirbelt hat, dachte ich so, wow, was geht denn hier ab, ey? Das ist auch so, man sieht dich auch nochmal von so einer ganz anderen Seite irgendwie. Ich weiß nicht, ich konnte mir das bei dir auch irgendwie nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, und deswegen finde ich halt letztendlich auch so mega cool für mich, weil es halt so was komplett Neues ist und ich es so komplett, also mich komplett anders zeigen kann. Beziehungsweise versuchen kann, anders zu sein oder werden. Kannst du mal versuchen, in irgendeiner Form seriös zu wirken, ne? So wolltest du es sagen. Ja, genau. Seriös, elegant, sexy. Kann ich ja sonst nicht so gut. Kann man ja mal testen. Boah, hoffentlich wirst du dann aber danach nicht so eingebildet. Also wirklich, Julia, das müssen wir jetzt mal, eigentlich müssten wir uns jetzt so einen Händedruck geben von wegen, du wirst hier nicht so eine alte Mistkuhe, wenn du hier gewinnen solltest. Ich werde, ach Joey, ganz ehrlich, ich kann, ich glaube nicht, dass ich diese Show gewinnen werde. Meinst du nicht? Das kann ich mir wirklich mit bestem Willen nicht vorstellen. Hör doch mal auf, so negativ zu sein die ganze Zeit. Positive Energie, Julia. Ja, und es macht unglaublich viel Spaß und ich merke auch, wie ich wirklich von Tag zu Tag besser werde. Aber ich habe halt auch, also hast du mal gesehen, wie Anna zum Beispiel tanzt oder wie Sharon tanzt oder wie ganz viele andere tanzen? Es ist wirklich, es sind schon krasse Leute dabei, aber es ist so geil, es macht wirklich extrem viel Spaß. Also ich wollte auch nochmal Danke sagen, Leute, weil nur weil ihr angerufen habt, bin ich eine Runde weiter. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen Anrufe. Ich habe auch angerufen. Boah, aber mobil viel teurer als 50 Cent stand da. Voll doof, dann habe ich wieder SMS geschrieben. Aber das stimmt nicht, glaube ich, oder? Na, ich habe meine Rechnung noch nicht bekommen. Aber ich dachte mir so, boah, scheiße, jetzt rieh die die Kohle weg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, nee, SMS ist ja dasselbe. Ne, ach echt? Außer, dass du da halt dann keine coole Nachricht von mir bekommst. Hast du einmal angerufen sogar? Ja, wir haben angerufen und SMS geschrieben. Oh, danke schön. Aber hast du dann auch meine Nachricht bekommen? Weil ich habe ja immer so kleinen Aufsager, wenn man anruft. Ja. Was habe ich gesagt? Boah, weiß ich ja jetzt nicht mehr. Also du hast mit Joel zusammen was gesagt, ne? Ihr wart da zusammen irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mehrere Aufsager gemacht. Das ist schon sehr lange her. Ach so. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan, was du gesagt hast. Aber ich habe dich gehört. Okay. Na gut. Beim nächsten Mal schreibe ich es mir auf, was du sagst. Heute Abend kannst du es wieder tun. Ja, genau. Heute Abend schreibst du es dir dann auf. Ja, am Ende. Das verrechnen wir dann einfach so. Wenn du mal eine Rechnung an mich schreibst wegen irgendwas, dann ziehen wir die ganzen Kosten ab von RTL. Oh mein Gott. Ja, crazy. Nee, es ist echt. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich wirklich angekommen bei Let's Dance. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, okay, das war der größte Fehler ever. Richtig peinlich. Ich blamiere mich nur und fliege in der ersten Show raus. Aber jetzt macht es wirklich richtig viel Spaß. Obwohl ich einen Cha-Cha-Cha tanzen muss diese Woche. Ja, aber ganz ehrlich. Und ich darf auch echt richtig Schiss haben. Ich habe mir das aber nicht anders gedacht. Jeder Anfang ist schwer. Aber ich bin jetzt wirklich auch schon richtig gespannt, wie weit du kommst. Ich bin auch sehr gespannt. Boah, stell dir mal vor, du fliegst jetzt raus. Ich hoffe, ich komme weit. Es wäre so cool. Oh ja, ich wäre richtig traurig. Aber ich weiß auch nicht, wer rausfliegen soll. Es ist so krass. In der letzten Folge ist ja Alex Maria Peter rausgeflogen, ne? Ja, und das war so traurig. Es war richtig kacke. Hättest du das in irgendeiner Form erwartet? Weil für mich kam das schon ganz schön unerwartet. Nee, ich habe es nicht erwartet. Das Ding ist aber, das ist genau das Gefährliche bei Let's Dance. Weil es ja Jurypunkte und Anrufe sind, also das wird ja miteinander verrechnet, ist es halt so, dass die Leute immer die, die im unteren Bereich sind, also die, die wirklich am allerwenigsten Punkte haben, die wollen die Leute immer retten und rufen dann viel, viel mehr an. Und für die Leute, die richtig gut sind, rufen sie auch an, weil sie es richtig cool finden, dass sie gut sind. Und die im Mittelfeld, die werden ganz oft vergessen. Shit. Weißt du? Und deswegen, Alex war ja voll im Mittelfeld. Ja. Und ich glaube, deswegen haben wahrscheinlich alle irgendwie gedacht, ja, für die rufen, für die ruft man schon an, die ist eh safe. Aber nein, genau die Leute im Mittelfeld sind halt am gefährdetsten eigentlich. Stimmt. Deswegen mir tat es so leid, weil ich finde die so geil, ich liebe die alte. Die ist richtig cool. Ich finde die auch cool. Ja. Ja, geht das weg. Und mir tat es auch für Alexandru richtig leid, also ihr Tanzpartner, weil der war letztes Jahr das erste Mal bei Let's Dance dabei, ist in der ersten Show rausgeflogen. Oh nein. Und dieses Jahr wieder in der ersten Show rausgeflogen. Ja. Da dachte ich auch so, oh Gott, schrecklich. Für beide. Für beide fand ich es richtig kacke. Aber das ist halt das Problem, so ist halt diese Show, ne? Ja, es wird dir in der nächsten Folge vielleicht auch passieren. Junior, ja. Brauchst du jetzt gar nicht so große Klappe haben hier. Ja, nee, ich habe wirklich Angst rauszufliegen. Ich möchte nicht rausfliegen. Nein, das wird super. Es macht so viel Spaß. Ich möchte nicht rausfliegen. Nee, ich möchte auch nicht, dass du rausfliegst. Also Leute, ruft an. Plündert euer Sparschwein. Ja. Ein weiteres Mal. Ey, das kann jetzt nicht, Joey, wir können jetzt nicht die ganzen nächsten Wochen, also je nachdem, wie lange ich noch drin bleibe, hoffentlich lange, ne? Wir können jetzt nicht die nächsten zwei Monate jede Woche nur darüber reden, dass die Leute anrufen müssen. Hä, warte mal, wann ist denn das zu Ende? Wann ist die Finalshow, weißt du das schon? Ja, ähm, warte mal, irgendwann im Mai. Boah. 19. Mai. Im Mai. Julia, es ist Februar. Nee, wenn die Folge rauskommt, ist es jetzt schon März. Aber wow, das geht ja richtig lang. Ja, es geht richtig lang. Ja, es geht richtig lang. Boah, dann ist ja schon fast Sommer. Dann ist es schon richtig lang hell wieder, Julia. Stimmt, aber jetzt ist es auch schon wieder viel länger hell. Das ist ganz toll. Ja, das ist wirklich ein Punkt von denen, die ich mir aufgeschrieben habe für den Podcast. Ist dir mal aufgefallen, dass die Vögel wieder zwitschern? Nee. Es zwitschern gerade Vögel. Ich bin den ganzen Tag in der Tanzschule, in einem Keller, wo ich nicht mein Netz habe. Deswegen kriege ich gar nichts mit. Ich kriege nichts mit. Boah, auch noch in dem Keller. Warum das denn? Die sind doch schon gemeint von RTL, ne? Erst dieser Cha-Cha-Cha, dann auch noch im Keller. Ich hoffe, er sieht wenigstens schön aus. Ja, aber der Tanzsaal, den wir haben, ist auf jeden Fall geil. Also der ist groß und geräumig. Andere haben wirklich unangenehmere Tanzräume. Also ich bin an sich ganz happy. Ich habe halt nur kein Netz da unten. Okay. Gut. Wir müssen da eh jetzt nochmal ein bisschen so ein Konzept finden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das jetzt hier nicht so ein Let's Dance Recap Podcast wird, ne? Ja, das stimmt. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch für diese Woche, also darüber zu reden, oder? Es lief alles gut, wir sind happy. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, Leute, ich rede gerade mit Julia auch nicht wirklich mehr als im Podcast. Also es ist gerade wirklich zeitlich alles so eng und deswegen, wir schaffen es ja auch nicht, uns gegenseitig zu updaten. Deswegen, das ist jetzt hier so live so ein, yo, sag mal, was bei dir gerade so abgeht. Deswegen müssen wir halt auch über Let's Dance reden. Es ist halt echt krass, weil ich habe zwar gewusst, dass Let's Dance halt so ein Fulltime-Job werden wird, aber dass es so ein Fulltime-Job werden wird, hätte ich nicht gedacht. Und weißt du, was richtig krass ist? Die Profitänzer, die haben einen noch krasseren Fulltime-Job während Let's Dance, weil ich habe ja immer noch samstags frei, beziehungsweise samstags ist mein Abreisetag aus Köln und sonntags geht dann immer erst das Training los. Die Profitänzer allerdings, die müssen samstag morgens noch in ein Coaching oder so. Habe ich das verstanden? Und dann müssen sie sich den ganzen Samstag die Choreo ausdenken, die sie uns dann am Sonntag beibringen. Boah, scheiße. Da müssen sie uns Sonntag, Montag, Dienstag und den halben Mittwoch die Choreo beibringen und den Tanz mit uns lernen. Mittwoch müssen sie dann nach Köln fahren und da lernen sie dann erst den Tanz vom Opening. Also es gibt ja jede Let's Dance Show, gibt es ein krasses Opening, wo die ganzen Profitänzer miteinander tanzen und das lernen die einfach erst am Mittwochabend, das erste Mal. Das finde ich so krass. Krass, das heißt für eine Show an einem Abend müssen die auch zwei Tänze im Kopf haben, ne? Ja, ja. Das ist ja absolut crazy. Naja, im Finale müssen sie vier Tänze im Kopf haben, weil im Finale werden drei Tänze von den Finalisten getanzt. Drei. Du musst in einer Woche dann drei Tänze lernen, das ist so crazy. Ja, also das wäre nix für mich. Ich frage mich auch manchmal, worauf du dich da eingelassen hast, Julia. Das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt in den letzten Tagen, aber es war eigentlich die beste Entscheidung. Es macht so viel Spaß. Okay, sehr gut. Ja, ist ja auch gut. Man muss ja auch mal über sich hinaus wachsen, ne? Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe dich da nicht gesehen, aber jetzt, ich sehe dich jeden Freitag im Fernsehen jetzt. Ich habe mich da auch nicht gesehen nach der Kennenlernshow. Ich habe mich auch nicht da gesehen. Vor allen Dingen am Sonntag. Ich glaube, jeder Sonntag wird jetzt gleich. Jeden Sonntag werde ich erstmal einen Schock bekommen, was ich diese Woche tanzen muss. Dann werde ich die erste Dreiviertelstunde kurz vorm Heulen sein, weil ich die Schritte mir nicht merken kann und mir denke, oh Gott, das schaffe ich nicht. Diese Technik, das ist alles viel zu viel. Und dann geht es langsam bergauf. Ab Sonntagnachmittag. Na gut. Aber es war wirklich, den Sonntag, als ich erfahren habe, dass ich langsam Walzer tanze, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ach du Scheiße. Ich war wirklich kurz vorm Heulen, weil ich dachte, worauf habe ich mich hier eingelassen? Das schaffe ich doch alles nicht. Wieso, wie konnte ich denken, dass ich tanzen lernen kann? Bin ich bescheuert. Und jetzt am Sonntag, gestern war es wieder genauso, weil ich wusste, okay, Cha-Cha-Cha ist mein absoluter Endgegner, weil ich das absolut verkackt habe. Und dann fing er an mit Choreo und mit Technik. Und ich dachte so, okay, ciao. Okay, ciao. Aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich glaube, heute Abend für euch, Leute, wird nicht so schlecht wie in der Kennenlernschau zumindest. Wir werden sehen. Hoffentlich. Wir werden sehen und gegebenenfalls anrufen, wenn wir überzeugt werden, ne? Ja, oh Mann. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Also, wir müssen nochmal ganz kurz zurück zum Augenthema. Es ist noch nicht vorbei. Oh Gott, okay. Ich hatte letzten Donnerstag meine Voruntersuchung, so eine ganz große Voruntersuchung, wo nochmal sämtliche, also das komplette Auge ausgemessen wird und ganz viele Tests gemacht werden und so weiter, wie ich auf bestimmte Sachen reagiere, Betäubungsmittel für die OP und so weiter. Und ich habe da so Augentropfen in meine Augen bekommen, die die Pupille richtig krass erweitern. Ja, das habe ich in deiner Story gesehen. Alter. Boah, das war so gruselig, Julia. Aber nicht nur vom Aussehen her. Weil, dass es so aussehen wird, habe ich mir schon gedacht. Aber diese Tropfen haben mich ja komplett ausgenockt. Das war richtig krass. Julia, ich war komplett high. Und das Schlimme ist, von so, also von herkömmlichen Drogen bist du ja wenigstens nur für ein paar Stunden high. Aber das hat mich über 48 Stunden so fühlen lassen. Und das war so schlimm. Wie hast du dich gefühlt? Ja, als wäre ich so auf Drogen einfach. Also ich habe mich völlig besoffen gefühlt. So dizzy oder was? Genau, also mir war übelst schwindelig die ganze Zeit. Mein Körper konnte nicht mehr so richtig koordinieren. Und das Schlimme ist, dadurch, dass deine Pupillen so geweitet werden, kannst du nicht mehr fokussieren. Weil eigentlich, wenn du mit deiner Hand quasi näher zu deinen Augen gehst, dann kannst du ja quasi deine Hand fokussieren. Und dann im Hintergrund wird alles unschärfer, wenn du das machst. Und das konnte ich nicht mehr. Ich habe nur noch quasi eine Schärfe gesehen. Das war so schlimm. Und ich konnte nicht mehr lesen auf meinem Handy. Und ich habe so ein bisschen Panik bekommen. Dann war mir die ganze Zeit schwindelig. Ich konnte nur so zehn Minuten irgendwas machen. Dann musste ich mich erstmal wieder hinsetzen, weil ich so erschöpft war. Es war richtig komisch. Es ist aber auch krass, wenn du die ganze Zeit wirklich nur einen Schärfepunkt hast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich meine, du konntest es wahrscheinlich sowieso so ein bisschen vorstellen zumindest, weil du eh ja eine Brille brauchst und deswegen ohne Brille wahrscheinlich eh viel verschwommen siehst. Aber ich habe in meinem Leben ja noch nie verschwommen gesehen. Weißt du? Stimmt, ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das klingt ganz creepy. Jetzt beim zweiten Mal, wenn mir die wieder reingegeben werden, dann weiß ich ja, was auf mich zukommt. Aber die haben mir halt voll wenig darüber erzählt. Und ich war so, hä, ist das normal? Muss das so sein? Ich habe voll oft in meiner Story so gefragt, Leute, hattet ihr das damals auch? Ja, okay. Das ist natürlich auch ungünstig, dass sie dich nicht so richtig aufgeklärt haben. Ja, die haben dann wahrscheinlich, also ich glaube, bei mir hat das ganz schön krass angeschlagen irgendwie. Weil ganz viele haben mir dann auch geschrieben, hä, bei mir war das vier Stunden lang und dann war vorbei. Und bei mir war das halt wirklich fast zwei komplette Tage. Aber ja. Das ist schon heftig. Aber jetzt ist wieder alles normal. Seit gestern. Seit gestern ist wieder alles normal. Also so hundert Prozent normal. Aber bis so Samstagabend war es so ein bisschen weird. Als hätte ich so die ganze Zeit so drei Bier intus. So vom Level her. Okay. Und wenn du keine Lust hast, unter Drogen zu sein, dann ist das wirklich nicht cool. Nee, das glaube ich. Nee, so als Dauerzustand weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool fände. Ja. Ja, aber ey, es wird schon. Beim nächsten Mal ist es schon okay. Ey, Joey, mir ist auch was passiert. Oha. Ich hatte eine richtig weirde Situation an der Kasse. Aber ich dachte schon auch unter der Dusche. Im Supermarkt. Nein. Nein. Ich hatte eine richtig cringe, komische Situation im Supermarkt an der Kasse. und zwar war so ein Typ vor mir und die Frau an der Kasse wollte ihm gerade sein Wechselgeld geben. Mhm. Und der ist aber einfach weggegangen. So von wegen, brauche ich nicht. Ich habe genug Geld auf dem Konto, ganz ehrlich. Ich glaube, er hat es gar nicht gecheckt, so, dass er noch Wechselgeld bekommt. Er ist einfach weggegangen, so. I don't know, ob er es nicht gebraucht hat oder was auch immer, ne, ist ja egal. Aber sie hat ihm das so hingehalten und in dem Moment ist er weggegangen, was schon so ein bisschen lustig aussah so. Und dann guckt sie mich so an, weil ich die Nächste war und sie so, hm, naja. Und ich so, ja, der braucht es wohl nicht. Und dann sie so, ja, also meine Tochter würde jetzt weinen. Und dann dachte ich so, oh Gott, was habe ich denn jetzt losgetreten? War das ein unangemessener Kommentar? Weil das hat sich so angehört, als würde sie damit quasi meinen, ja, also meine Tochter würde weinen, wenn sie jetzt gratis Wechselgeld bekommt. Weißt du, wenn sie halt so ein bisschen Geld findet. So hat sich das angehört für mich. Und ich war so richtig perplex. Ich so, äh, oh, achso, es tut mir leid. Und sie so, äh, nee, 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 wegen dir. Und ich so, das war so eine komische Situation. Weil sie halt meinte, wenn sie mich sehen würde, weißt du? Ja, naja, weil sie ein Fan ist. Und ich dachte, aber es ging um dieses Wechselgeld. Und ich habe wirklich einen richtigen Schock bekommen in dem Moment. Ich wurde richtig rot, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich gerade was richtig Unangenehmes gesagt. Da hattest du aber auch keinen guten Moment an dem Moment, ne? Da warst du ein bisschen durch im Kopf. Nee, gar keinen guten Moment. Ja, das war richtig lost. Aber die große Frage, hat sie dir das Geld dann gegeben oder hat sie es in ihre Tasche gesteckt? Sie hat es natürlich in ihre Tasche gesteckt. Oh, was soll sie mir denn das Geld geben? Ich bin nun einfach nur die nächste Kundin. Hä, warum denn nicht? Wenn es der erste Kunde nicht will, kriegt es der zweite. Oh ja, auch nett. Okay. Nee, nee, ist schon okay, dass sie, ich weiß auch gar nicht, wenn sie es auch immer in die Kasse getan hat. Ja, ne? Vermutlich nicht. Ich hätte es mir eingesteckt an ihre Stelle. Ja, das ist die Frage. Ich hätte es mir eingesteckt. Also du weißt nicht, ob sie es in ihre Tasche oder in ihre Kasse gesteckt hat? Nee, darauf habe ich nicht geachtet, aber hätte ich mal tun sollen. Ja, aber bestimmt. Also ich hätte es mir safe selbst eingesteckt. Ja, aber da sind doch auch überall Kameras, oder? Ich glaube, das kannst du nicht riskieren. Ja, aber warum? Sie hat ja dem Laden nichts geklaut. Das war ja das Wechselgeld. Das stimmt. Ja. Aber da gibt es bestimmt auch eine Regelung. Falls jemand, ähm, falls jemand eine Ahnung davon hat, schreib uns mal. Falls jemand einfach weg, ob es eine Regelung ist, schau mal vor, das steht so im Regelbuch. So, falls jemand einfach weggeht, ohne sein Wechselgeld zu nehmen. Hey, das passiert safe einmal in der Woche. Also safe einmal am Tag sogar. Safe einmal alle zwei Stunden, Julia. Das kann tatsächlich gut sein. Ich habe letztens meine EC-Karte in einem Automaten hängen lassen. An so einem Geldabhebeautomaten meinst du? Nee, in so einem Automaten bei McDonald's habe ich den einfach drin gelassen. Yes, of course. Wo sonst? Und dann war ich zum Glück noch da, weil ich aufs Essen gewartet habe. Und dann hat mir so ein Typ meine Karte gegeben. Und da dachte ich auch so, was war das denn für ein schwacher Moment? Mir ist das, glaube ich, in meinem Leben noch nie passiert, dass ich meine Karte irgendwo habe stecken lassen. Ja, zum Glück hat er gewusst, wem er die Karte geben soll. Hätte ja auch sein können, er hätte sie sich einfach eingesteckt, ne? Ja, voll. Ja, ich war vor ihm dran. Das war sehr nett, das stimmt. Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal eine Karte irgendwo liegen lassen oder so? Vorhin hängen. Du hast eben schon hängen gesagt, eine Karte hängen lassen. Ich habe liegen lassen gesagt, oder nicht? Ich glaube, egal. Ich habe vorhin wirklich hängen lassen gesagt. Jaja, ich bin mindestens genauso Matsch im Kopf wie du. Ich kann nicht mehr. Ich bin so, ich wirklich, ich habe eben zu Wolfgang gesagt, das wird definitiv die komischste Podcast-Folge ever. Zumindest für mich jetzt beim Aufnehmen, weil ich fühle mich so, als würde ich schon halb schlafen. Ich bin so völlig, ich merke auch so, ich fahre immer wieder so ein bisschen hoch von wegen, über was rede ich als nächstes? Ich kann das nicht lesen, was hier vor mir steht. Aber ich komme auch nicht so richtig ins Hochfahren, weil ich einfach zu erschöpft bin. Aber ich würde sagen, da reden wir in der nächsten Folge mal ausführlich drüber. Ich habe nicht mal geduscht. Oh ja, da müssen wir in der nächsten Folge mal ausführlich drüber reden. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann wir endlich drüber reden können. Voll der Cliffhanger jetzt. Ja, nächste Woche reden wir darüber. Ich hasse das ja auch, so Sachen anzuteasern und dann redet man nicht drüber. Aber ich kann noch nicht, Leute. Es geht noch nicht. Bisschen ärgern können wir. Bisschen ist okay. Nee, ich habe meine Karte noch nie irgendwo hängen lassen oder stecken lassen oder liegen lassen. Sehr gut. Ich glaube, es ist mir noch nie passiert. Mir ist es, glaube ich, auch noch nie passiert. Mir ist es auch noch nie passiert davor. Was mir aber einmal passiert ist, meine Karte wurde eingezogen, weil, und das ist ein richtig peinlicher Grund, meine Nägel waren zu lang und deswegen habe ich die Karte nicht mehr aus dem Automaten gekriegt. Hä, aber da wurde die ja nicht eingezogen. Doch. Wie? Nach einer bestimmten Zeit in einem Sparkassenautomaten oder in einem Geldautomaten generell wird irgendwann, wenn du die Karte nicht selber rausziehst, wird die eingezogen, damit niemand anderes die mitnehmen kann. Dann ist das so ein Automatismus quasi. Und ich habe wirklich, ich habe versucht, die rauszuziehen und es hat nicht funktioniert, weil ich zu lange Nägel hatte an dem Punkt. Und das war einfach, es war wirklich der bescheuertste Moment meines Lebens, glaube ich. Und was ist dann passiert? Dann war sie weg und dann? Ja, musste ich mir eine neue Karte beantragen. Ach, die ist dann so für immer weg quasi? Ja, die war dann weg. Ja, aber ich dachte, dann hast du dort angerufen und hast gesagt, ey yo, meine Karte wurde hier und hier eingezogen, drück mal auf den Knopf, damit die rauskommt. Nee, das war, ähm, das war in einem Sonntag irgendwo, äh, an einer Straße irgendwo. Und ich habe dann angerufen bei meiner Bank und die meinten einfach, ja, wir machen dir eine neue. Weiß ich nicht. Ah, okay, krass. Ja, aber das war ein sehr schwacher Moment, wirklich. Ja, das ist schon doof. Seitdem hast du kürzere Nägel, oder wie? Das war das letzte Mal, dass du lange Nägel hattest. Ähm, zumindest ist es mir danach nicht nochmal passiert, also anscheinend habe ich dann seitdem immer kürzere Nägel gehabt, ja. Oh Mann, ey. Es ist auch richtig schlimm, wie lang müssen bitte die Fingernägel sein, dass du, dass du nicht mehr eine Karte rausziehen kannst? Was habe ich da gemacht? Ja, ein bisschen doll gewesen, Jo, ja. Aber ich bin ja eh Gegner von so, von so, ich bin eh Gegner von Acrylnägeln, muss ja, das habe ich ja schon öfter gesagt. Ja, lass mich in Ruhe, ist mir egal. Ich hasse auch dieses blöde Geräusch, wenn man da auf dem Handy dann so rumtippelt, ich kann das gar nicht leiden, direkt unsympathisch. Ich liebe es so sehr, dieses Geräusch, es ist ganz toll. Ja, ich weiß nicht, in meinen Augen sieht das auch doof aus, ich finde das nicht schön, aber es ist ja nur meine eigene. Das ist okay, das ist total nehm. Aber ich werde für immer Gegner bleiben. Okay, Julia, ich habe ein Follow-up für dich. Du darfst Gegner bleiben, Joey. Ich habe ein Follow-up für dich. Wir haben nämlich letzte Woche über was sehr Kontroverses geredet, nämlich ums Zähneputzen. Und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so ausfallen wird, aber wir haben ja uns darüber unterhalten, dass, also ob, wenn man mal vergisst, seine Zähne zu putzen, ob dir das eher morgens oder eher abends passiert. Und du warst ja die Person, die gesagt hat, ja, wenn, dann vergesse ich das mal abends, aber morgens nie. Und ich dachte, das wäre so voll unpopular, aber das geht voll vielen so. Also 39 Prozent vergessen ist morgens, 61 Prozent vergessen ist abends. Und dann habe ich mir gedacht, ist irgendwie auch einleuchtend, weil abends bist du dann so müde, dann bist du vielleicht schon mal auf der Couch eingeschlafen, dann nochmal Zähneputzen, voll nervig, mache ich morgen früh. Macht voll Sinn irgendwie. Na, es ist bei mir gar nicht so, dass ich das absichtlich mache, sondern ich vergesse es halt wirklich einfach am Abend manchmal. Das ist dann so, ich weiß nicht, warum, ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich abends nicht dieses eklige Gefühl im Mund habe. Morgens ist es halt so, dass das Erste, woran ich denke, ist, boah, Zähneputzen, weil, ih, mein Mund. Und abends ist es halt nicht so, weil davor hast du was gegessen oder irgendwie was getrunken oder so. Ja, dieses pappige Gefühl im Mund, ne, das pappige und trockene Gefühl. Genau. Ja, das habe ich halt nur, nachdem ich geschlafen habe. Und es klingt jetzt auch wieder so, als würde ich so alle zwei Tage vergessen, meine Zähne zu putzen. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Ich habe aber auch DMs bekommen von wegen, ja, ich vergesse das manchmal drei Tage hintereinander. Also Julia, mach dir keine Sorgen. Oh, ja, okay. Nee, also das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Es ist wirklich der Morgen, spätestens. Ja. Eine andere Sache noch, Julia. Richtig, richtig viele Leute haben mir geschrieben, dass sie auch Dales verstanden haben. Nein! Bei Wildberry Lille. Ja, richtig viele dachten wirklich, es heißt D-A-L-E-S und haben sich die gleiche Frage gestellt, was das denn bitte sein soll. Also von daher, ich bin nicht allein. Ich bin nicht so blöd, wie du dachtest. Nein, Spaß. Und ich habe ja auch gefragt, weil ich mir schon dachte, Julia wird eh mit Let's Dance überfordert sein. Habe ich auch gefragt nach anderen Wörtern, die unsere Community jahrelang falsch ausgesprochen hat, weil sie einfach das noch nie gelesen hat vorher. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Du bist ja mit Let's Dance sowieso am Freitag bist du ja eh nicht ansprechbar, von daher ist vollkommen okay. Boah, ja. Aber ich habe so ein paar Wörter und ich habe jetzt wirklich nur die rausgepickt, wo ich gemerkt habe, oh ja, das war bei mir auch so. Und ich dachte mir so, krass, was man so als Kind gedacht hat, das ist dann wieder komplett zurückgekommen. Ich dachte so, stimmt, das habe ich auch gedacht damals. Echt? Ich trage dir jetzt mal vor, okay? Ja. Also das, mit Abstand, das, was am öftesten geschrieben wurde, war Rechtshändler und Linkshändler. Oh, ja. Ja, oder? Ja, kann ich relaten. Ja. Dann natürlich auch Strebergarten. Oh, ja. Ja, das habe ich so lange gedacht, dass es Strebergarten heißt. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich war mindestens, also ich war bestimmt 16, als ich das erst gecheckt habe, dass es Schrebergarten heißt. Ich war auch, ich war auch sehr alt, viel zu alt. Um ehrlich zu sein, ich weiß auch immer noch nicht, was ein Schreber ist. Also ich weiß, also Strebergarten macht für mich immer noch mehr Sinn. Ja. Stimmt, ja, irgendwie schon, ne, weil Strebergarten, obwohl, Strebergarten macht eigentlich keinen Sinn. Das ist ja eigentlich für die Leute, die in einer Wohnung wohnen und keinen Garten haben können. Ja, aber ich dachte mir so. Dann haben sie halt da einen Garten. Aber andererseits, nur wenn du ein richtiger Gartenfreak bist, holst du dir einen Schrebergarten. Ja, aber das Ding ist auch, ich habe mir als Kind irgendwie so gedacht, ja, nur die Streber, die haben Bock so auf Gartenarbeit und sowas. Wir hatten auf sowas Lust, das können nur Streber sein, so weißt du. Ich habe das so direkt ins Negative gezogen. Aber, also ich weiß halt nicht, was ein Schreber ist. Egal. Was ich, glaube ich, auch damals dachte und was auch viele geschrieben haben, ist, B mal Daumen anstatt Pi, also einfach B-I. Okay. Nee, das hatte ich nicht. Okay. Und was ich auch hatte, ist, anstatt Rhythmus, Rückmus. Das habe ich als Kind auch gesagt. Echt? Ja. So im Rückmus irgendwas machen. Crazy. Nee, das hatte ich auch nicht. Aber Strebergarten kann ich sehr relaten. Okay, ich habe noch ein paar, Julia. Pass auf, es geht weiter. Anstatt Einwandfrei, Einmannfrei. Kennst du das? Oh, da habe ich immer Einbandfrei gedacht. Einband? Einband, ja. Einbandfrei, da habe ich gedacht. Also ich glaube, also safe, bis ich zwölf war, habe ich einen Mann freigesagt. Und ich habe mich auch konstant gefragt, was das sein soll. Aber so, ich bin, ich bin, ich habe es nie gegoogelt oder so. Oder mal meine Eltern gefragt. Okay. Weiter geht es mit Trommelfeld anstatt Fell. Ah, okay. Ja. Dann der absolute Klassiker. Ich musste so lachen, als mir das Marvin damals gesagt hat. Der dachte nämlich auch, dass Frauke Ludowig nicht Frauke heißt mit Vornamen, sondern sie Frauke Ludowig heißt. Ja Mann, ich glaube, das dachte jeder, jeder Mensch in Deutschland, der schon mal von Frauke Ludowig gehört hat. Nee, also ich nicht. Aber ich kannte die auch nie so richtig krass, weißt du. Deswegen, daran lag es wahrscheinlich. Aber als Marvin mir das erzählt hat, ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Ich fand das so witzig einfach. Hä, warte mal, was dachtest du nicht? Du dachtest nicht, dass sie Frauke Ludowig, oh, ich kann sie nicht mehr aussprechen. Du dachtest nicht, dass sie Frauke Ludowig heißt oder du kanntest sie einfach nicht und deswegen hast du gar nichts gedacht? Doch, ich kannte sie so ein bisschen, aber ich habe mir da nie so sehr Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt Frau heißt oder ob das jetzt einfach ein Vorname ist oder irgendwie sowas. Und irgendwann habe ich es gelesen, da stand Frauke und da war es für mich klar, weißt du. Also ich habe das irgendwie nie, aber ich habe quasi sie nicht so krass verfolgt als Kind. Okay, also du hast es einfach gelesen immer und deswegen wusstest du direkt, dass es Frauke ist. Genau, so ist es. So ist es. Okay, das nächste, wir haben noch drei. Anstatt Stiftung Warentest, Stift und Warentest. Oh, ja, ich auch. 100 Prozent, Stift und Warentest. Ja, Mann. Stift und Warentest. Auch total behämmert einfach. Warum denkt man das? Was für ein Stifttest. Was zur Hölle. Dann anstatt Detail, also man geht ins Detail, habe ich früher auch gedacht Detail, also ohne L quasi. Ja, 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 das habe ich auch gedacht. Und was ich nicht hatte, aber was auch wirklich super viele Leute geschrieben haben, war anstatt Positiv, Prositiv. Also mit R. Weißt du wie? Prositiv? Prositiv. Nee, das hatte ich nicht. Ja, fühle ich auch nicht. Aber gut, ich hatte andere komische Sachen wie Propeller. Ich glaube, bei Propeller konnte niemand relaten, Julia. Ja. Oh, Mann. Das war für mich glasklar. Verstehe ich nicht, wie das Propeller heißen kann und nicht Propeller. Ich verzeihne es dir. Ich sage das immer noch manchmal, ne? Weil ich so krass dran gewöhnt war, jahrelang. Ich sage es immer noch manchmal aus Versehen. Gewöhnt dir das ab? Das ist nicht gut. Bitte sagt das nicht bei Let's Dance, okay? Wenn es mal irgendwie um Fliegen oder sowas geht, sag auf gar keinen Fall Propeller. Dann ruft niemand mehr für dich an. Ja, okay, ich versuch's. Es nicht in den Mund zu nehmen. Oder wir machen es zu einer Challenge. Und wenn der Jolt dich wieder so durch die Lüfte schwingt, dann kannst du auch sagen, boah, ich hab mich gefühlt wie so ein Propeller heute. Sag das mal zum Lambi. Du meinst, dass ich es einbauen muss? Weiß ich nicht. Lass mal machen. Okay, wenn du noch vier Folgen weiterkommst, dann musst du es einbauen in der nächsten, okay? Also wenn ich bis zur sechsten Folge komme? Ja, genau. Okay. Na gut, machen wir. Gut, wir machen einen digitalen Händeschlag. Digitaler Händeschlag. So ein Scheiß. Okay, Julia. Julia, mein Gehirn setzt gleich aus. Ich merke das. Meins auch. Okay, wollen wir mal knackige Fragen machen? Ja, wir brauchen knackige Fragen. Bist du bereit? Ja. Okay, also ich hab ein paar, die dein Gehirn ein bisschen fordern und ein paar, die dein Gehirn wirklich gar nicht fordern. Ich würde mal mit einer, die dein Gehirn nicht fordert, starten. Und zwar Backmischung oder selber backen? Boah, schwierig. Gar nicht backen eigentlich. Zählt nicht, zählt nicht. Ich wusste, was du da sagen wirst. Geht's um Brot oder so Gebäck? Also so süß Gebäck? Alles mögliche. Ich würde jetzt am ehesten bei Kuchen sagen zum Beispiel, aber grundsätzlich so. Was ich auch fragen wollte, zusätzlich noch Tüte oder selber kochen. Kannst du halt auf alles sagen quasi, weißt du? Nee. Aber so grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal Backmischung bei Kuchen gedacht. Ob du Kuchen eher selber backst oder eine Backmischung nimmst. Also wo ich auf jeden Fall so ein übelstes Ekelpaket bin, ist so Tüten Gemüse. So Fertigzeug. Das hau ich mir echt oft in die Pfanne, weil ich mir denke, boah, ich schneid mir doch jetzt nicht das Gemüse noch klein und so ein Zeug. Das mach ich ganz viel mit so Tiefkühlzeug. Also so gefrorenen Brokkoli und so. Ja, genau. Aber auch so fertig, so komplett so ein fertiges Gericht. So Buttergemüse? Nee, aber auch so mit so Zeug schon drin. Es gibt's ja auch schon so mit Reis. Ach so ein richtiges Fertigessen. Ja, so du musst es nur noch in die Pfanne machen, aufwärmen und it's ready to eat. So Frosterzeug? Ja, zum Beispiel. Das gibt es inzwischen auch schon von voll vielen Marken in vegetarisch und vegan. Das ist richtig geil. Ja, ja, die sind aber auch gar nicht so schlecht, wenn du mal so auf die Nährwerte und die Inhaltsstoffe guckst. Da ist gar kein Scheiß drin. Ja, deswegen. Das ist wirklich gar nicht immer so kacke. Man fühlt sich immer so eklig, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Wurde mir jetzt auch schon öfter gesagt. Ja, bei solchen Sachen auf jeden Fall nicht. Bei, keine Ahnung, so Maggi-Fix-Bolognese oder so, das ist jetzt glaube ich nicht so geil. Ja, genau. Also ich habe mir noch nie so eine Tütensoße angerührt. Weißt du, so Fixzeug. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich koche halt auch nicht, Julia. Boah, doch ich schon. Ich habe, also ich selber auch nicht, aber meine Mama hat das früher manchmal gemacht, wenn es schnell gehen musste. Und das fand ich schon immer ziemlich geil. Ja? Das hat schon lecker geschmeckt, so diese Tüten, ja. So diese Sahnesoße oder so oder auch Bolognese und so. Also wirklich solche Sachen fand ich dann immer schon ganz geil. Ja, das sind die Geschmacksverstärker. Das habe ich ewig nicht mehr gegessen. Ja, exakt. Leider ja. Aber was ich noch anmerken muss zu diesen Fertigtüten-Sachen, die man nur noch in die Pfanne klatschen muss, das ist immer zu wenig. Ich werde nie satt. Und letztens habe ich mir sogar zwei davon reingezogen abends. Weil ich einfach nicht satt geworden bin. Und nach dem zweiten war ich nicht mehr so, dass ich so dachte, ach du Scheiße, jetzt hast du aber dir viel zu viel reingehauen. Sondern es war so, ja, jetzt reicht's. Aber auch nur gerade so. Echt crazy. Aber sind das nicht sogar immer zwei Portionen, solche Sachen? Nee, also das, was ich da gekauft habe, war auf jeden Fall beides eine Portion. Ja, okay. Weil bei mir ist es immer so, also ich esse es super selten, aber wenn, ist es immer so anderthalb Portionen bei mir. Und ich zwinge mir das dann aber immer noch rein und bin dann richtig voll. Nee, bei mir sind es so 0,6 Portionen. Wow, echt? Ja. Ja gut, aber wir sind auch sehr unterschiedlich groß. Ja, eben. Dementsprechend ist es was anderes, glaube ich. Und ich muss ja auch gerade, ich mache ja jetzt gerade hier dieses, also ich arbeite ja immer noch mit meiner Ernährungs- und Sportcoachin zusammen. Und ich muss ja jetzt auch viel mehr Kalorien und sowas zu mir nehmen. Das ist manchmal gar nicht so einfach hierher. Du musst so viel essen. Schrecklich. Das ist echt immer so, obwohl, es ist immer so ein Ding, wo ich mir immer denke, boah, heul nicht rum, ist doch mega geil, dass du so viel essen kannst. Aber einerseits ist es so, dass man halt nur bestimmte Sachen und halt auch gesunde Sachen dann essen sollte und halt auch auf seine Proteine kommen muss und so. Also du kannst jetzt nicht jeden Tag dir einfach drei Pizzen reinpfeifen so. Ja, genau, das ist es. So, da musst du auch drauf achten, was du isst. Und ich glaube, irgendwann ist halt so ein Überflussessen auch richtig ekelhaft. Da kann man dann auch nicht mehr, ne? Das kann ich dann schon verstehen. Ja, also ich muss jetzt keine 5000 Kalorien zu mir nehmen, aber es ist schon so ein bisschen. Gibt's ja aber auch. Ja. Ja, aber das ist dann auch wirklich so. Dass Menschen das machen. Das ist dann, dann ist, dann hast du auf jeden Fall eine richtige Aufgabe in deinem Leben. Das ist dann schon. Aber mich nervt das schon, dass ich immer alles abwiegen muss, um dann zu tracken, von welchen Makronährstoffen ich wie viel, boah, das ist so nervig. Das würde ich die Krise kriegen. Die absolute Krise würde ich kriegen. Bei Frühling, unser Hygienebeauftragter, den wir bei Frühling haben, der ist auch so ein richtiger Bodybuilder. Also der geht auch auf die Bühne jetzt irgendwie bald. Und der hat wirklich jeden Tag sechs Packungen Reis mit Hähnchen dabei. Und morgens um sieben isst er seine erste Portion. Und dann sehe ich den den ganzen Tag nur mit diesem ekelhaften, trockenen Reis mit Hähnchen. Und auch riesige Portionen, wirklich. Die ganze Zeit, den ganzen Tag ist der nur am Essen. Teilweise steht der nachts auf, um Reis mit Hähnchen zu essen. Es ist kein Witz. Das kann ich nicht von nachvollziehen, dass der dann immer noch das essen kann. Weil das war damals der ausschlaggebende Punkt, warum ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Weil wir in Thailand im Urlaub waren. Und dort gab es halt immer so ein, ich habe immer so ein Reis Curry mit Hähnchen gegessen. Und wirklich mehrmals am Tag, also mindestens mittags und abends. Und dann hing mir das so zum Hals raus, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder Fleisch essen. Was ist das denn für eine eklige Kacke hier? Ja, erstens das. Also das finde ich auch ultra ekelhaft. Aber es liegt ja nicht nur daran, dass es Fleisch ist. Es wäre, glaube ich, bei egal was so. Wenn ich das siebenmal am Tag essen würde und dann noch in der Nacht aufstehe, weil acht Stunden nichts essen zu viel ist, kannst du doch nur noch davon kotzen. Das ist so crazy. Joey, jetzt aber mal kurz zurück zur Frage. Backmischung oder selber backen? Also ich habe letztens eine Kuchenbackmischung gekauft und sie liegt immer noch in meinem Schubfach. Und das schon seit zwei Monaten. Aber ich würde mir auch niemals einfach so einen Kuchen backen, Julia. Das ist so, das findet beides nicht in meinem... Ja, Joey, aber wenn du einen Kuchen backen musst zum Geburtstag oder wann auch immer, wenn du der Beauftragte bist, einen Kuchen zu backen für irgendjemand anderen, Benutzt du deine Backmischung oder backst du selber? Mehr will ich doch nicht wissen! Ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen, so eine Backmischung zu verwenden, weil das dann irgendwie... Ich würde mir vorkommen, als würde ich da so einen Scheiß dann einfach produzieren. Das sieht doch auch nicht schön aus. Ja, doch. Backmischungen sind tatsächlich gar nicht mehr so... Also oder was heißt nicht mehr? Das ist gar nicht so scheiße, weil das ist einfach... Wahrscheinlich bei Muffins oder so Cupcakes würde ich eine Backmischung eher benutzen. Aber bei einem richtigen Kuchen würde ich, glaube ich, wirklich versuchen, nach Rezept richtig diesen Kuchen zu backen. Das Ding ist, was ich mich immer frage, ist, ist eine Backmischung wirklich so viel weniger Arbeit? Na, obwohl, doch schon. Ja, natürlich. Wenn du halt Mehl abwiegen und Zucker abwiegen musst und so einen Scheiß, naja, klar, es ist schon wesentlich weniger Arbeit. Du rührst es einfach nur zusammen und klatschst in den Ofen. Aber das ist sowas, wo ich immer so denke, ey, dann ist es so herzlos. Ja, irgendwie schon, ne? Also ich weiß auch nicht. Also dann, das erfüllt auch irgendwie nicht meinen Anspruch an mich selber dann, wenn ich nur so eine olle Backmischung benutze. Ja, genau. Ich denke mir so, ich will jemanden ja einen Kuchen backen, weil ich ihm eine Freude machen will. Und dann aber eine Backmischung nehmen. Das ist mir noch nie passiert. Ja, okay. Keine Ahnung. Also ich benutze wirklich so, so selten Backmischungen, nur wenn ich wirklich gar keine Zeit habe. Du hast ja letztens einen Kuchen gebacken. Zum Beispiel den Kuchen von meinem Freund, der gestern Geburtstag hatte, die habe ich mit einer Backmischung gemacht. Oha! Das ist so widersprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, ne? Ja, ne? Das Ding ist halt, es liegt wirklich nur daran, dass ich im Moment Let's Dance habe und er leider genau an einem Trainingstag Geburtstag hatte und ich einfach wirklich keine Zeit hatte. Aber ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, diese Backmischung zu benutzen. Was war das für eine Backmischung? Das war so ein Tarte au Chocolat, oder hieß der. Oder so hieß der. Aber war geil. Hat echt gut geschmeckt tatsächlich. Also quasi ein Schokokuchen, oder wie? Ja, so ein saftiger, matschiger Schokokuchen. Aber mit keiner Überraschung drin oder so. Es ist halt einfach nur ein schwammiger, saftiger Schokokuchen, Kokoschuchen. Ne, nicht schwammig, sondern so ein bisschen in die Brownie-Richtung. Okay. Ja, ist irgendwie so, das ist ein bisschen zu basic, Julia. Zum Geburtstag weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich den von dir kriegen würde... Nee, sorry. Stopp, stopp, stopp. Ich habe diesen Kuchen richtig geil dekoriert. Ich habe nämlich den Harry-Potter-Kuchen nachgemacht. Ich habe ihn, kennst du, von Harry Potter 1 von Stein der Weisen? Wo Hagrid drauf saß. Wo Hagrid, ja genau, wo Hagrid drauf saß und da so richtig falsch geschrieben Happy Birthday Harry draufsteht. Das habe ich nachgemacht. Das ist cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Hast du ein Bild davon? Das will ich in der Story sehen von dir. Ja, ja, ich habe ein Bild davon. Okay. Wenn du das nicht hochlädst am Freitag, bin ich sauer. Dann rufe ich nicht an. Okay, ich schreibe es mir auf. Ich schreibe es mir auf. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt, wenn es darauf ankommen würde, würde ich vielleicht doch die Backmischung nehmen. Einfach, weil ich keine Zeit verlieren darf und ich überfordert wäre mit so einem normalen Kuchen. Ja, aber so grundsätzlich würdest du eher einen normalen Kuchen backen, als eine Backmischung zu benutzen. Ja. Okay. Gut, guck mal, hat doch schon ganz schön viel aufgemacht, dieses Thema, oder? Dafür, dass du gesagt hast, ich brauche meinen Kopf nicht dafür. Okay, so, dann gehen wir jetzt ein bisschen mehr ran. In welcher Reality-Show würdest du am ehesten mitmachen? Boah, Julia. Warte mal, welche kenne ich denn? Jetzt muss ich mich ja hier voll offenbaren. Also, es gibt Temptation Island, es gibt Are You The One, es gibt Love Island, es gibt Ex on the Beach. Aber das wären ja alles jetzt zum Beispiel, außer Temptation Island, wären das ja alle welche, wo ich als Single rein müsste. Ja, genau. Das heißt, wir reden jetzt davon, wenn ich Single wäre. Okay, genau, du musst unabhängig davon sagen, dass du nicht Single bist und unabhängig davon, dass du schwul bist. Weil das geht ja auch nicht, weißt du? Ja, stimmt, ja. Ich würde bei Prinz Charming natürlich mitmachen, das ist auch die Einzige, die ich immer gucke. Ja, aber, ja, okay. Hä, was ist denn jetzt? Aber das ist halt so einfach, kannst du ja nicht sagen, es gibt ja nur eine Show, weißt du? Das ist halt doof, es gibt ja nur das eine Konzept. Aber guckst du Prinz Charming? Guckst du es auch? Nee. Nee? Ich habe die erste, oder nee, ich habe, glaube ich, nur die zweite Staffel geguckt, die fand ich ganz cool. Aber ich gucke auch Bachelor und Bachelorette und so nicht mehr, weil ich mag dieses Konzept mit einer und um den buhlen alle. Ja, ja. Finde ich irgendwie nicht mehr so spannend, ist immer das Gleiche. Ich gucke nur so die ganzen anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Das ist irgendwie spannender. Boah, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, also ich selber habe mich da noch nie gesehen. Was ich mal interessant fände, um zu wissen, wie es ist, wäre, glaube ich, halt Dschungelcamp, glaube ich, noch. Weil das ist, glaube ich, krass so. Oh ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Weil ich glaube, so als Erfahrung ist das nochmal was Besonderes. Aber so Are You The One, Temptation Island und sowas ist irgendwie so ein, muss ich jetzt nicht gewesen sein. Let's Dance, würde ich sagen, zählt auch dazu. Nee, das ist doch nicht Reality. Das ist doch eher so. Ist zwar kein, ja, es ist kein Reality, aber es ist trotzdem ja irgendwie so eine Show. Na, es ist kein Reality-TV. Never mind. Würdest du bei Let's Dance mitmachen? Ich sehe mich da gar nicht, Julia. Ich sehe mich da überhaupt nicht. Ich dich auch nicht. Mir rutscht auch jedes Mal das Herz in die Hose, wenn ich mir vorstelle, dass ich das machen müsste. Also ohne Spaß, ich fühle das überhaupt gar nicht. Ja, ich könnte es mir bei dir auch nicht vorstellen. Aber Dschungelcamp könnte ich mir bei dir vorstellen. Ja, irgendwie, ne. Aber so die ganzen Viecher essen, habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ich müsste mir das nochmal angucken vorher. Ich muss mir das nochmal angucken, bevor ich hier eine Aussage treffe. Also deine erste Wahl. Was gibt es denn aber noch? Es gibt noch Big Brother, aber das ist ja auch irgendwie. Lame. Es ist auch eine Reality-Show, aber es ist halt lame. Ja, finde ich auch. Dann gibt es noch, oh, es gibt jetzt neu Make Love Fake Love. Das kenne ich gar nicht. Boah, stell dir mal vor, du würdest mitmachen bei diesem, wo du so nackt, wo diese Schiene immer weiter höher geht und dann sieht man so deine Körperteile nackt. Naked Attraction. Naked Attraction. Imagine, ich hätte jetzt dich gefragt und du so aus der Pistole geschossen. Naked Attraction. Aber sind wir uns einig, dass dieses Naked Attraction ein furchtbares Format ist? Weil das immer so richtig unangenehm verkrampft ist und du da gar nicht in irgendeiner Form gut aussehen kannst. Das ist immer so richtig entwürdigend, finde ich. Also schon alleine die Tatsache, dass du weißt, wie das ist und zweitens auch noch sagst immer, wundert mich ein bisschen, weil das heißt, dass du das ja wirklich öfters guckst. Ja, okay, also wenn ich ehrlich bin, wenn das einmal läuft, dann kann ich auch nicht weggucken. Also hattest du nicht mal so einen RTL Plus Abend, wo du mal so einen Haufen von diesen Folgen durchgeguckt hast, einfach weil du es spannend fandest? Du willst es ja dann auch sehen. Nee, 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 ich will das nicht sehen. Ich will diese ganzen ekligen Pimmel, will ich nicht sehen, wirklich. Ja, da gibt's ja Vaginas. Ja, die ekligen Vaginas will ich auch nicht sehen. Aber das ist das Ding, das sieht nie gut aus, Julia. Das sieht immer so verkrampft aus. Das sieht immer so aus, ich will hier nicht sein. Mach die Kamera jetzt weg. Erstens finde ich das Konzept dieser Show absolut ekelhaft, weil es halt wirklich das oberflächlichste vom absolut oberflächlichsten ist, aber gleichzeitig halt so krass intim. Ich finde es einfach nur eklig. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz erklären, was es ist. Also Leute, das ist so, dass eine Person quasi so die Person ist, die nach einem Date sucht, also die eine Person sucht für sich, um sie zu daten. Und dann hat sie so, ich glaube, fünf Leute vor sich, die in so einer Säule stehen und die ist so verdeckt. Also man sieht erst mal nichts. Und dann fährt so das Vordere der Säule so ein bisschen hoch und am Anfang sieht man zum Beispiel nur die Füße und dann sieht man irgendwann den Penis und dann sieht man noch die Brust und dann ganz zum Schluss kommt erst der Kopf. Und so muss man dann halt die Leute so rauswählen. In jeder Runde, also mit jeder Stufe, wo man was sieht, muss man die Leute rauswählen. Das ist so ein crazy Konzept, Julia. Das finde ich so abartig, wirklich. Einfach absolut abartig. Ja, da sehe ich mich aber auch nicht tatsächlich. Ja, echt? Okay. Also loggen wir Dschungelcamp ein? Wir loggen Dschungelcamp jetzt einfach mal ein, ja. Alright. Na gut. Okay, Joey, was ist der schlimmste Pärchenkosename? Ich schwanke zwischen Hasi und Schatz oder Schatzi. Oh ja, oh ja. Oh, Schatzi, ganz, ganz schlimm. Hasi auch ganz schlimm. Aber Mausi ist auch ganz schlimm. Ich finde Schatz manchmal auch schon ein bisschen cringe. Also ich würde zu meinem Freund niemals Schatz sagen, weil ich finde das so krass. Weiß ich nicht, das ist so, das sagt so jeder und das finde ich dann irgendwie komisch. Schatz habe ich auch noch nie gesagt, also wirklich, wenn mein Freund mich Schatz nennen würde, dann würde ich sagen, okay, und damit war es das jetzt. Ja. Das geht nicht. Ich würde das auch verbieten, ich verbiete das. Das geht nicht. Mich kann niemand Schatz nennen. Aber ich finde eigentlich jeden Pärchenkosenamen schlimm, muss ich sagen. Ich bin so ein richtiger Antikosenamen-Typ. Ja, wir hatten das mal am Anfang unserer Beziehung, dass wir uns so richtig dumme Namen mit Absicht gegeben haben, weißt du? Ich war eine Zeit lang Pupsi. Und weil Pupsi ist so absurd, dass es schon wieder witzig ist, weißt du? Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die das auf Ernst sagen. Ja, genau. Aber das ist ja so absurd, dass du es dann quasi auch als Witz sagen kannst, so ironisch mäßig. Ja. Ja, ja, okay. Ja, aber nicht ironisch meine ich. Ja. Ja, dann, ich glaube, dann finde ich aber irgendwie Hase noch ein bisschen schlimmer als Schatzi. Weil Hase ist irgendwie so, oh, Hase. Wenn du das so ernst meinst, Julia, das geht gar nicht. Hase finde ich noch schlimmer. Ja, stimmt. Hase finde ich richtig, richtig schlimm. Aber meinst du, es gibt Leute, die das ernst meinen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, es gibt safe so viele Menschen, die das ernst meinen. Und weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Wenn das Eltern machen. Zum Kind? Nee, nee. Untereinander. Aber stell mal vor, deine Eltern, weil ich finde das bei jedem Cringe, bei dem ich das höre, irgendwie so, ne? Aber wenn meine eigenen Eltern sich gegenseitig Hase nennen würden, würde ich ja wohl sowas von ausziehen und mich enterben lassen. Das geht gar nicht. Ich bin so froh, dass meine Eltern normale Spitznamen füreinander haben oder halt sich normal nennen. Was denn für Spitznamen? Also die Vornamen dann quasi. Ja, genau. Also meine Mama heißt Anja und mein Papa nennt sie manchmal Anni, so. Aber er nennt sie jetzt nicht Hase-Schatzipups. Aber nennen die sich auch manchmal Mama und Papa? So, hey Mama, wo ist denn das und das? Nee. Nee? Nur wenn sie übereinander reden. Glaube ich zumindest. Nee, fände ich aber auch weird. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn meine Eltern alleine sind, also ohne Kinder. Aber wenn ich dabei bin, reden die immer von Mama und Papa. Die sagen jetzt nie ihre Vornamen. Weißt du? Übereinander oder zueinander? Auch zueinander. Das finde ich crazy. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich glaube auch nicht. Das können wir eigentlich auch mal, können wir auch mal eine Umfrage zu machen, wie die Eltern, also... Ja doch, ich weiß, ja doch, aber wenn ich einfach so irgendwo in einem anderen Raum bin und höre, wie die miteinander reden, manchmal ruft mein Vater, meine Mutter auch mit ihrem Vornamen. Also das passiert auch. Aber ganz oft auch einfach nur, ey Mama, wo hast du schon wieder das Salz hingepackt oder irgendwie sowas. Das finde ich ganz komisch irgendwie. Boah, am Ende ist es jetzt meine Eltern voll. Ja, aber weil... Ja, ich weiß, es ist voll weird, aber weil meine Schwester und ich ja auch Mama zu ihr sagen, sagt es mein Vater dann wahrscheinlich auch einfach in unserer Gegenwart. Ja gut, ja, wahrscheinlich ist es... Fragt die mal, ob sie sich auch ohne eure Gegenwart Mama und Papa nennen. Ja. Ich habe meine Mutter schon echt lange nicht mehr den Vornamen meines Vaters sagen hören. Ja, okay. Ne, also meine Eltern machen es nur, wenn sie übereinander... Also wenn sie jetzt mit mir reden, wenn Mama mit mir über Papa redet, dann sagt sie auch so, hast du Papa gesehen oder so? Ja, ja, klar. Das würde sie dann auch sagen, aber jetzt nicht... Hey, Papa, wo ist das Salz? Wollen das Salz? Völlig random einfach. Okay, Julia, nächste Frage. Boah, Mama wird mich bestimmt richtig wütend anrufen, wenn die Folge rauskommt. Oh mein Gott, geil. Okay, da musst du jetzt vielleicht ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, ob dir überhaupt was einfällt, aber was ist das Seltsamste, was ein Gast jemals bei dir getan hat zu Hause? Das Seltsamste... Boah, Julia. Weißt du, was die Videos bei mir zu Hause gedreht haben? Da sind lauter seltsame Sachen passiert. Julia, wir beide haben meine Badewanne in ein Whirlpool verwandelt und haben da zusammen gebadet. Gebadet, also ich glaube, weirder kann es gar nicht mehr werden. Wir haben zusammen in Schleim gebadet. Also allein so Bade-Stories gibt es genügend. Ja, okay, aber das war ja alles von dir inszeniert. Inszeniert, ja. Ja, warte mal. Initiiert und inszeniert. Ja, beides das Gleiche. Also in dem, also egal. Ich weiß gerade nicht, wo der Unterschied ist. Julia, ich bin zu durch im Kopf, um jetzt über sowas nachzudenken. Du meinst jetzt aber quasi so im privaten Rahmen, ne? Also wenn jemand nicht gekommen ist, um... Ja genau, dass du dir so dachtest, was machst du da? Hast du ein Beispiel? Hast du was? Also ich habe was, was mir mal passiert ist. Und zwar trinke ich bei mir zu Hause manchmal einfach aus der Flasche. Aber bei jemand anderem zu Hause würde ich das ja normalerweise niemals tun. Weißt du? Und ich habe mal bei einer Freundin zu Hause, als ich mit den Eltern am Tisch saß, einfach aus der Sodastream-Flasche getrunken. Aus der Sodastream-Flasche auch noch. Also aus der Flasche getrunken. Ich schwöre, und die haben mich alle so dumm angeguckt. Und dann weiß ich... Geil. Das war wirklich so ein peinlicher Moment. Wirklich, das war ganz schlimm. Sowas in die Richtung, meine ich. Aber das war, dein Kopf hat einfach so ausgesetzt und du hast dich gerade so kurz gefühlt wie zu Hause und hast du einfach angesetzt, oder wie? Ja, genau. Ich habe mich irgendwie wie zu Hause gefühlt und zu Hause mache ich das halt manchmal am Tisch. Und kannst du dich noch daran erinnern, an welchen Punkt du das realisiert hast, dass du gerade nicht an deinem eigenen Tisch sitzt, sondern bei Fremden? Also hast du da schon so richtig was weggesoffen oder war das so, als du gerade angesetzt hast? Ich habe so angesetzt und in dem Moment, wo das Wasser so meinen Mund berührt hat, hat so meine Freundin so gemacht und dann habe ich es realisiert. Das ist eine übelst geile Story. Vor allem aus dieser olden Soda-Stream-Flasche auch noch. Die sind eh so schwer zu reinigen, Julia. Ja, ich weiß. Die dürfen ja nicht mal in die Spülmaschine, glaube ich. Und ich süppel da einfach an der Pulle mit den Eltern am Tisch. Boah, also mir ist safe sowas. Mir ist letztens was Unangenehmes passiert im Zug. Ich trinke ja super gerne Club Mate. Also wirklich, ich trinke mindestens eine Club Mate am Tag. Das ist irgendwie gefühlt mein Lebenselixier. Und ich saß letztens im Zug nach Berlin und habe meine Mate da halt ausgepackt und die getrunken. Und von Mate muss man immer richtig krass aufstoßen. Also du musst wirklich richtig krass röpsen. Das hast du ja zum Beispiel auch von Cola. Wenn du so schnell Cola trinkst, musst du ja auch immer röpsen. Und bei Mate ist das noch schlimmer. Ich sitze so in der ersten Klasse, die mir gebucht wurde. Alles vollkommen leise. Und haue den übelsten Röps raus. Auch so richtig lang, weißt du. Oh, echt jetzt? Ja, richtig. Und ich habe es null gecheckt einfach, dass ich das nicht machen darf hier. Mein Gehirn hat einfach ganz kurz ausgesetzt. Das ist halt wirklich so geil. Also Sachen, die man halt zu Hause einfach ganz normal machen würde. Aber in der Öffentlichkeit niemals, wenn du dein Gehirn so, also wenn du es so gar nicht checkst in dem Moment. Und dann hast du wirklich so richtig. Ich habe full on gerülpst. Herzlich gerülpst. Und es auch so richtig ausrülpsen lassen. Von ganz tief unten kam der. So richtig laut. Und diese eine Frau, die da am, die quasi den Gang, also gegenüber des Gangs saß, die hat mich so anguckt von wegen, das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Also die war völlig entsetzt. Und die hat mich dann auch diese gesamte vier... Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe dann versucht, das so wegzulachen, so von wegen, oha, scheiße, so mäßig, so, dass die Leute checken, dass mir das gerade so rausgerutscht ist und dass das voll unangenehm ist. Aber ich wollte es so auch witzig machen, weißt du? Ich habe dann so über mich selbst so gelacht, aber niemand hat zurückgelacht. Das fanden die absolut scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie peinlich. Oh Gott, Joe, ich habe gerade richtig fremdschauen. So doll habe ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht geschämt. Also es war so für zwei Minuten unangenehm und dann dachte ich so, naja, meine Güte, ist halt auch nur ein Rülps. Wenigstens habe ich nicht gefurzt, sondern es stinkt jetzt im ganzen Abteil. Oh mein Gott, das wird mir halt eher passieren. Ich will auch wirklich nicht wissen, wie oft ich in meinem Leben schon im Zug gepupst habe und, oder gefurzt, gefurzt habe. Und es nicht mitbekommen habe, dass es laut ist, weil ich Kopfhörer drin hatte. Oha, echt? Das kann doch bestimmt passieren. Haust du dir dann immer raus auf gut Glück? So wird schon nicht laut sein. Nee, aber manchmal hast du ja so ein Gefühl, dass so ein Furz leise wird, weißt du? Ja. Aber manchmal ist es dann ja dann doch nicht so. Nee, ich bin da paranoid. Ich gehe immer davon aus, dass der laut ist. Ich versuche den auch wirklich in der Öffentlichkeit, versuche ich den immer zu unterdrücken. Ich versuche den dann wieder so reinzuziehen. Ja, grundsätzlich tue ich das auch, aber manchmal ist es ja auch. Egal. Ja, manchmal geht es nicht. Nächste Frage. Boah, ich dachte, das wird eine kurze Folge mal hier. Schon wieder eine Stunde 15, ey. Crazy. Wie viele Fragen haben wir noch? Im Rahmen. Noch eine. Okay, gut. Alles locker easy. Also, in welcher Serie hättest du gerne mitgespielt? In welcher Serie? Ah, cool. Okay. Tschüss, Leute. Nee. Nein, Spaß. Da sehe ich mich nicht. Also, die fand ich schön. Die ist so schön. Also, ja, egal. Müssen wir nicht wieder drüber reden. Aber ich glaube, also, jemals, also egal in welchem Alter ich da gewesen wäre, oder wenn ich jetzt in einer Serie mitspielen würde, die es eventuell auch schon gibt. Nee, die es schon gibt auf jeden Fall. Also, es muss eine sein, die es schon gibt, wo du dir, die du geschaut hast, wo du dachtest, oh, cool, da hätte ich gerne mitgespielt. Zum Beispiel bei mir, kann ich es dir sagen, wäre es Stranger Things. Ja. Weil ich es einfach super, also, weil ich es einfach super spannend finde, so eine Serie zu drehen, die halt so komplett auf Greenscreen-Basis eigentlich ja sein muss. Also, nicht komplett, aber viel. Und auch mit so Monstern und. Ich weiß nicht, wer das gehört hat. Immerhin im privaten Raum, ne? Ja. Was ist denn los hier? Hören ja nur ganz wenige. Nein, Spaß. Ich fühle mich auch gerade so, Julia, als würde ich gerade so ein bisschen meinen Verstand verlieren. Ich bin so durch, Julia. Ich sehe das auch. Ich sehe das. Wirklich? Sieht man mir das an? Ja, so ein bisschen. Heute bist du nicht ganz auf der Höhe. Nee. Aber das ist okay. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist nicht so schlimm. Nee, aber Stranger Things zum Beispiel finde ich halt super spannend, weil das ist halt so, das ist so anders, weißt du? Du musst halt, da gibt es so ganz viele verschiedene Methoden, diesen Film oder diese Serie halt zu drehen, wie ich es noch nie gemacht habe und mir auch gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel kannst du auf ganz viele verschiedene Sachen zählen. Harry Potter zum Beispiel wäre wahrscheinlich auch ultra geil gewesen. Harry Potter, krass. Weil du da halt in einem Greenscreen-Studio auf dem Besen sitzt, aber eigentlich musst du gerade durch die Quidditch-Arena so fliegen. Und so ganz viele verschiedene Sachen oder dass da halt so verschiedene Gestalten sind, die gar nicht da sind und so. Das finde ich jetzt halt voll die geile Challenge. Ich finde ich richtig cool. Und wie das dann im Endeffekt im Film aussieht. Ja. Weißt du? Ja, voll. Finde ich geil. Ja, könnte ich jetzt genauso als Antwort geben. Ich hatte natürlich keine Zeit, mir das zu überlegen, aber finde ich auch sehr spannend. Aber das allererst, woran ich gedacht habe, war jetzt natürlich so eine Serie, die ich so in mein Herz geschlossen habe, wo ich so mein Safe Place drin habe, weil ich die einfach schon so oft geguckt habe und die mir immer wieder, ich kann immer wieder quasi eine Folge gucken, egal in welcher Staffel. Modern Family? Nee. How I Met Your Mother. Ah, echt? Ja. Also wenn ich das gucke, das ist so. Aber Modern Family guckst du auch, oder? Ja, Modern Family gucke ich auch immer. Wirklich einmal die Woche gucke ich mindestens einmal eine Folge. Aus irgendeiner Staffel. Aber How I Met Your Mother ist noch ein bisschen mehr so Safe Place. So irgendwie so die Charaktere, die sind alle so, als wären die so meine weit entfernten Freunde so. Als hätten wir nur schon lange keinen Kontakt mehr gehabt. Ach, Mitchell. Oh mein Gott. Na gut. Ja, okay. Der hieß gar nicht Mitchell, der hieß Marshall. So viel zu dem Thema. Ich wollte auch gerade sagen, wer ist ein Mitchell? Ich habe es aber auch schon echt lange nicht mehr geguckt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe 2018 das letzte Mal die ganze Serie durchgeguckt, von vorne bis hinten. Ich habe How I Met Your Mother, glaube ich, noch nie in meinem Leben komplett durchgeguckt, vor allen Dingen nicht in richtiger Reihenfolge. Das lief ja immer früher nur bei Kabel 1 und Pro 7, so immer nachmittags, so einzelne random Folgen. Und ich habe keine Ahnung von dem roten Faden von dieser Serie. Ich kenne wahrscheinlich alle Folgen, aber komplett durcheinander. Ja, das ist das Ding, weswegen man dann nicht so hooked ist, aber wenn man es wirklich mal chronologisch guckt, dann ist das richtig schön. Ja, okay. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Für mich war das immer nur so nachmittags gedudelt. Und zwar irgendwie cool und witzig, aber... Oh nein, Julius, Friends! Friends! Hast du Friends geguckt? Nein. Okay, aber Friends, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als How I Met Your Mother. Aber es ist ja voll ähnlich zueinander. Oh, Friends ist auch so schön. Oh, ich muss das nochmal gucken, glaube ich. Ich glaube, ich fange morgen an. Hast ja im Moment Zeit, ne? Ja, ich habe super viel Zeit dafür gerade. Gar kein Problem. Okay, so Leute, mit diesem Cliffhanger würde ich sagen, lassen wir euch in die Woche. Schaut alle heute Abend, 20.15 Uhr, euch meinen Cha-Cha-Cha an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr anruft, dass ich vielleicht nächste Woche nochmal was von mir, von meinen Tanzkünsten zeigen darf. Und? Und bitte drückt mir die Daumen, dass ich nicht mein Augenlicht verliere, Leute. Ja, genau. Drei Tage sind es noch, wenn ihr das hört. Und wenn ihr die nächste Folge hört, dann bin ich entweder blind, auf beiden Augen, oder immer noch blöd. Oder immer noch blöd. So, und damit können wir diese Folge beenden. Haben euch lieb, Leute. Ciao, Kakao. Tschüsselchen.